Musik Die Pulsnitzer Reha-Kliniken und die Rödertalbienen vereint die gemeinsame Verbundenheit zu unserer Region. Musik Ebenso ist es auch mit unserer Kochschule im Gartenhaus der Schlossklinik. Musik Wir benutzen ausschließlich hochwertige Produkte regionaler Erzeuger und das ist es auch, was unsere Gäste zu schätzen wissen. Musik Besuchen Sie doch einfach mal unsere Website. Musik Wir wünschen den Rödertalbienen im Sachsen-Derby ganz viel Erfolg. Musik 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 Musik